Kennst du schon die neuesten YouTube-Shorts-Tricks, die dir helfen, mehr Aufrufe für deine normalen Videos zu bekommen? Denn du kannst jetzt deine YouTube-Shorts mit deinen normalen Videos verknüpfen. Das ist eine komplett neue Funktion, die noch nicht viele kennen und daher noch nicht verwenden. Und in diesem Video zeige ich dir, wie du diesen genialen Trick verwenden kannst, diese neue Funktion, um damit mehr Traffic auf deine normalen Videos zu erzielen. Denn damit kannst du es erreichen, dass deine normalen Videos mehr Aufrufe bekommen. Wenn du wissen willst, wie das geht, dann bleib dran. Ich zeige dir das Schritt für Schritt und worauf du dabei achten musst. Ich bin Sabine Schmelzer und wenn du mehr solcher Tipps haben möchtest, dann abonniere meinen Kanal. YouTube-Shorts werden ja immer beliebter und sie haben das Potenzial, viel mehr Aufrufe zu erzielen als deine normalen Videos, weil sie ganz anderen Menschen angezeigt werden, nämlich denjenigen, die Shorts schauen. Und du musst nicht immer eigene Videos erstellen für deine YouTube-Shorts, sondern ich mache es so, dass ich aus meinen normalen Videos kurze Sequenzen rausschneide und diese als Shorts verwende. Natürlich füge ich dann noch Untertitel dazu, peppe sie noch etwas auf mit GIFs oder anderen Dingen oder einem Titel, bevor ich daraus einen YouTube-Short mache. Und deshalb würde ich dir empfehlen, nutze diese Möglichkeit, aus deinen normalen Videos kurze Sequenzen rauszuschneiden und diese in Shorts umzuwandeln, natürlich mit eingeblendeten Untertiteln. Ich bearbeite meine Shorts mit einer textbasierten Software, von daher kann ich genau die Sätze markieren und in Clips verwandeln, die ich haben möchte. Ich habe früher dazu schon ein Video gemacht, schau dir auch das an. Denn damit kannst du deine Shorts als Teaser verwenden für deine normalen Videos. Und bisher konnte man die normalen Videos nur über die Kommentare verlinken, aber inzwischen ist das nicht mehr möglich. Dafür hat YouTube eine eigene Funktion entwickelt, die heißt Related Videos oder auf Deutsch ähnliche Videos, die du auf dem Desktop siehst und dort kannst du die URL zu deinem normalen langen Video eintragen, sodass das Ganze miteinander verknüpft ist und ich zeige dir nachher auch, wo das in den YouTube-Shorts auftaucht. Jetzt, dadurch, dass du sie verknüpfen kannst mit deinen normalen Videos, hast du natürlich auch die Möglichkeit, dass sie auf dein normales, langes Video klicken. Und jetzt möchte ich dir zeigen, wo du das Ganze findest, denn wenn man das noch nie gemacht hat, weiß man nicht, wonach man suchen soll. Und zwar habe ich hier gerade ein Kurzvideo hochgeladen und du kennst diesen Prozess, wenn du es am Desktop hochlädst, dann musst du durch diese vier Schritte durchgehen, einen Titel vergeben, eine Beschreibung vergeben und dann gehst du einfach auf Weiter. Und an dieser Stelle taucht nämlich noch nichts auf, wo du dein Video verknüpfen kannst. Ich gehe das Ganze einfach mal durch, sage jetzt im Moment auf Ungelistet. Und damit ist dieses Video hochgeladen. Jetzt taucht nämlich hier diese neue Funktion auf Related Video oder auf Deutsch ähnliche Videos. Und die kannst du jetzt bearbeiten. Und da kannst du dir ganz einfach dein Video aussuchen, aus dem du dein Short erstellt hast. Und in meinem Fall ist das dieses hier. Und wenn ich jetzt auf Speichern gehe, dann sind diese beiden Videos miteinander verknüpft. Und wie sieht der User, der dein Video nachher sieht, dass auf seinem Bildschirm, wenn er das Short aufruft, dann siehst du hier den Titel deines Videos und darunter das verknüpfte Video, extra eingeblendet mit dem Link. Und er kann darauf klicken und landet dann auf deinem langen Video, wo er den kompletten Inhalt deines Videos bekommt. Ich finde diese Funktion genial und bin dabei, auch meine alten Shorts mit meinen langen Videos zu verknüpfen, damit Menschen einfach auch die Möglichkeit haben, meine normalen Videos zu finden. Nutze diese Möglichkeit unbedingt, wenn du Shorts aus deinen langen Videos erstellst. Denn es ist nur ein Klick mehr, den du da machen musst und bietet die Möglichkeit, dass die Menschen deine normalen langen Videos finden. Wenn du mehr solcher Tipps haben möchtest, ich habe noch ganz viele davon auf Lager und starte demnächst meine Video Marketing Academy, wo es darum geht, wie du dein Video Marketing mit Strategie, Herz und KI voranbringst und zwar sehr schnell und sehr effizient. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Schau es dir an und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist.